Hallihallo liebe Leute und ich begrüße euch zu einer Stream-Ankündigung für den Freitag, den 9. Februar, wo wir das Spiel Suikoden 2 beginnen werden und uns dort auf ein, ja, wahrscheinlich auch fantastisches Abenteuer einlassen, wie schon beim ersten Teil. Ja, dazu sei gesagt, Teil 2 ist genauso blind wie Teil 1, also, ja, ich bin gespannt, was mich in diesem Teil erwarten wird. Ich weiß nur so viel, dass es wahrscheinlich etwa doppelt so lange wie der erste Teil sein wird. Also, es erwartet mich da schon etwas mehr als noch beim ersten Teil. Aber was da alles auf mich zukommt, das, ja, werde ich mich überraschen lassen. Aber ich freue mich auf jeden Fall schon wahnsinnig drauf und werde mit euch das sozusagen, ja, am kommenden Freitag, den 9. Februar, dann beginnen. Um 16 Uhr wird es losgehen, also wenn ihr Lust und Zeit habt, könnt ihr dabei sein und, ja, würde ich dann sagen, entweder hört man sich dann vielleicht im Livestream, ansonsten, wenn die, ja, aller spätestens, wenn die Videos dann auf YouTube landen, dann werdet ihr es sowieso dann sehen können. Deswegen sage ich jetzt an dieser Stelle, bis dahin, auf Wiedersehen.